Wir beginnen also mit der Koan-Arbeit. Die Frage lautet, was ist Leben? Du kannst aber auch einen anderen Koan nehmen, wenn du das möchtest. Wenn du die Frage hörst, schließe deine Augen kurz, geh nach innen, frag dir, stell dir innerlich nochmal die Frage und warte, was rauskommt, was für dich die wahre Antwort in diesem Moment ist, das antwortest du. Ganz authentisch, ehrlich und aus diesem Moment heraus.